Innovatives Design, bewährte Funktionen und Features und alles nach Qualitätsstandards made in Germany. Das ist SKS. Hier in Sündern, im Herzen des Sauerlandes, entwerfen und produzieren wir hochwertige Komponenten für mehr Sicherheit, Bequemlichkeit und Spaß beim Radfahren. Die Palette unserer Produkte reicht dabei von Anbauteilen für Fahrradhersteller in großen Stückzahlen bis zu speziellem Zubehör für den ambitionierten Radfahrer. Eins aber haben alle SKS-Produkte gemeinsam. Unser Qualitätsversprechen made in Germany. Qualität produziert man am besten von Anfang an. In unserer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung entstehen aus Erfahrung, Know-how und innovativen Ideen neue Produkte für den Fahrradmarkt. Vom ersten Modell über 3D-Visualisierungen bis hin zum fertigen Endprodukt. Unsere Designer und Werkzeugmacher arbeiten Hand in Hand bis zum optimalen Ergebnis. Aus vielen langjährigen und engen Kundenbeziehungen kennen wir die Bedürfnisse und Herausforderungen des Marktes und die richtigen Lösungen. Dadurch ist SKS eine authentisch gewachsene Marke im internationalen Fahrradmarkt geworden. Uns ist es wichtig, beste Qualität nicht nur zu produzieren, sondern sie auch zu designen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere einzigartige Palette von Dirtboards. Als Antwort auf die Anforderungen unserer Kunden konnten wir damit Innovations- und Marktführer im Bereich Mountainbike-Zubehör werden. Tradition und Know-how plus moderne Fabrikationsmethoden zeichnen die Produktionsabläufe bei SKS aus. So sind optimierte Prozesse entstanden, die sowohl international wettbewerbsfähig sind, als auch unserem hohen Qualitätsversprechen Rechnung tragen. Gut ausgebildete und erfahrene Mitarbeiter erstellen hier nicht einfach Produkte, sondern ihre Produkte her. Diesen Unterschied merkt man jedem Artikel an, der das SKS-Logo trägt. Das Entwickeln und Optimieren unserer Produktionsprozesse war ein intensiver und langer Weg, in den wir signifikante Ressourcen investiert haben. Doch heute kann man zu Recht sagen, dass es sich gelohnt hat und wir unseren Kunden eine hohe Qualität zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten können. Aus dem Sauerland in die ganze Welt. Ob palettenweise für die Fahrradindustrie oder als Paket für den Einzelhandel. In unserem modernen Logistiklager sorgen wir dafür, dass Ihre Ware schnell und sicher bei Ihnen ankommt. So können wir umgehend auf Ihre Bedürfnisse reagieren und Sie und Ihre Kunden mit den besten Produkten versorgen. Hier bei SKS sind wir stolz auf unsere über 90-jährige Tradition und unsere Wurzeln in der Sauerlandregion. Diese Erfahrung plus unsere Leidenschaft für innovatives Design und beste Qualität sind auch in Zukunft die Grundlage für erfolgreiche Beziehungen zu unseren Kunden.